Es ist Black & White Moin Leute, was geht denn herzlich willkommen zu einem neuen FIFA Mobile 21 Video hier auf meinem Kanal Schön, dass ihr mit am Start seid, Freunde Ey, heute wird's wild, Freunde, heute wird's sowas von wild Ihr seht schon anhand des Titels und anhand des Thumbnaids, welche beiden Spieler wir uns heute abholen werden, Freunde Es wird mit die legendärste Folge heute hier auf meinem Kanal Es wird ja auch, by the way, jetzt eine Premiere sein, ganz klar Ich mache ja immer Folgen, die, ja, wo ein bisschen eskaliert wird, mache ich ja immer als Premiere Also Grüße gehen raus an alle, die jetzt hier mit am Start sind, Freunde Ja, Freunde, was soll ich sagen, der Tag der Tage ist gekommen Wir werden uns heute Neymar abholen Und das bedeutet gleich, das bedeutet dann auch, dass wir sie mit den, sie dann bekommen werden Und, ah, Freunde, komm, wir gucken uns nochmal kurz sie dann hier zusammen an Meine zweite Prime-Icon in FM21 nach Beckham Beckham war ja meine erste, sie dann wird jetzt meine zweite sein Und, ah, Freunde Er hat auch den fortgeschrittenen Rainbow, was ich sehr, sehr nice finde Aber, Freunde, durch dieses Deaths an Oh mein Gott, Alter, das ist abnormal krank Und, wie gesagt, dieser Icon hat mich nur 35 Euro gekostet Es ist krank, Freunde, es ist wirklich krank Ähm, oh, Beweglichkeit, die 140 weiter Oh, Freunde, oh, 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 oh Ja, Junge, ich bin sogar high, Alter, let's go, let's go Äh, genau, aber zuerst müssen wir natürlich Neymar abholen Der eigentlich auch ziemlich nice ist Hier schwer habe ich alles schon durchgehe Ballert, man kennt ihn doch Äh, wir haben jetzt genau 4.100 Punkte Ähm, ja, Neymar werde ich nicht spielen Hat ganz okay So dieses Netz, aber mein Lukaku ist von den Sets besser Ja, ich finde sowieso generell so die Champions League-Karten Neymar im WP wurden richtig schlecht gemacht Ähm, in der Zeit zum Tots-Event Ähm, ja, Neymar bringt auch noch so um die 18 Millionen Kritisch, also der ist so runtergegangen Oder der ist so runtergegangen Alter, das ist krank Das ist wirklich krank, wie der runtergegangen ist Einfach nur noch 18 Millionen von 103 Neymar Ja, was soll man machen, weil, was soll man machen Ich werde mir jetzt aber trotzdem abholen, Freunde Ich drücke drauf in 3, 2, 1 Let's go Oh, es gibt ein Pack, okay, sehr nice Es gibt ein Pack, Freunde Das heißt nochmal 3, 2, 1, Freunde Und da ist er Boom, Freunde 103er Neymar da Silva Santos Junior ist am Start Oh mein Gott, Alter Jawohl Sie danken wir uns gleich ab, Freunde Sie danken wir uns gleich ab Ähm, genau Also wir können auch kurz den Stats-Vergleich machen mit Romelu Lukaku Ja, Tempo hat er zwar ein bisschen mehr Beweglichkeit auch Ähm, ja Wir können ja Neymar Wir können Neymar ja mal testen In einem Spiel dann Und dann verkaufe ich ihn Äh, aber zuerst Transferiere ich die Ränge auf den guten Romelu Lukaku Ähm, genau Hier, zack, zack 1,7 Millionen Zahle ich liebend gerne Und Neymar verkaufe mir dann einfach Aber wir können ihn ja gerne gleich noch in einem, ja Äh, Turnierspiel Äh, testen Den guten Neymar Ich verbessere erstmal hier die Spielboost Freunde, by the way Das Team-Upgrade-Video wird auch bald kommen Äh, die nächsten Tage Das Champions-League-Event endet ja jetzt Und dann kommt ein neues Event Und ich denke mal dann Die Tage wird auf jeden Fall Das Team-Upgrade kommen Ähm, mit den ganzen Vorteils-Punkten Die wir haben Und den ganzen Rang-Punkten Können wir mal kurz gucken Vorteils-Punkte haben wir 18.000, also 20.000 Krimis-Have noch hin Und Ränge haben wir Ränge haben wir 865 Also vor allem, es ist mit Wild Es ist mit Wild Wir haben auch die 151 Gäste geknackt, Freunde Jawohl Ähm, ich mache jetzt erstmal hier schnell Neymar rein Gleich zum Testen Ich will einfach gucken, wie er sich spielen lässt Und, äh, und dann können wir mal kurz auf den Markt drauf schauen Wie viel Neymar es aktuell ist Äh, aktuell Wert ist Ähm, aber ich glaube, der ist 18.000.000 wert Ah, falsch, warte Ich mache, ich mache mal 19 19 Ja, der ist so krass gesungen, ne Egal, ich nehme 19 Ich nehme die 19.000.000 trotzdem mit Okay, okay, der ist anscheinend wieder ein bisschen gestiegen Ja, ich nehme, ich nehme die Coins mit Ich nehme die Coins mit Okay, der ist wieder ein bisschen gestiegen Das ist geil Warum ist er auch immer wieder gestiegen? Null Als ich halt mit der geguckt habe, war er noch bei 18.000.000 Jetzt ist er bei 21.000.000, okay, okay, okay Also er ist wieder um 3.000.000.000 gestiegen Hm, genau Aber ich will ihn halt gerne testen Ich will ihn halt schon gerne hier auch testen, Freunde Und ich würde sagen, jetzt kommen wir ja eigentlich mit zum Highlight Des Videos Wir werden uns jetzt Prime Icon Zidane abholen Oh mein Gott, Freunde Das ist so krank, Alter Das ist wirklich zu krank, Freunde Ich drücke drauf und Boom Oh mein Gott Das ist zu krank Einfach so Zinedine Zidane, Alter Meine zweite Prime Icon Alter, es ist zu krank Es ist zu krank Ich habe wirklich gedacht, dass ich nach Beckham Das Beckham, mein einziges Prime Icon im Team bleiben wird Aber jetzt ist Zidane am Start Das ist Zidane am Start Oh mein Gott Oh, Freunde Ich bin gerade so glücklich Es ist zu wild Es ist zu wild, Freunde Achso, ich mach noch kurz Nähma raus Weil ich will ja gucken, wie viele Gäste wir dann haben Oh, Ballack, Tschüssikowski, mein Bray Aber du bist ersetzt durch Zinedine Zidane Oh mein Gott Skillbus hat er hier auch Machen wir auch schnell mal zack, zack Ey, wir haben Das ist zu krank, Freunde Einfach dieser Zidane Dieser Zidane, der ist zu wild, ne Oh, Freunde Ey Was soll ich sagen 152, jawohl Und Xavi trainieren wir jetzt mit Ballack Habe ich noch jemand dran? Ne, okay, okay Ballack trainiert jetzt in Xavi rein Somit hat Xavi dann auch die 100 Guests 850.000 Michael Ballack Tschüssikowski Du hast gute Dienste geleistet Aber jetzt ist deine Zeit vorbei Und Xavi hat die 100, Freunde Das bedeutet auch Wir haben ein Full 100 Team Und wir haben die 153 Wir haben die 153 Mit dem Full Team hier Sehr nice, Freunde Das ist einfach geil Das ist einfach krass Genau Ja, geil, Freunde Ich bin so glücklich, ne Oh mein Gott Oh mein Gott Guckt euch das Team an Oh, geil Geil, geil, geil Also ich mache jetzt auf jeden Fall erstmal Neymar rein Weil wie gesagt Ich will Neymar auch noch ein bisschen spielen Mal gucken, wie er sich so spielt Genau, aber ich werde ihn dann auf jeden Fall privat verkaufen Und ja, ich freue mich auf Zidane Ich freue mich auf Zinedine Zidane Ich bin gespannt, wie er sich spielen lässt Ah, der wird safe wild sein Der wird safe richtig wild sein Wir müssen gegen Real Madrid 142 Hier Genau Ja, also Zinedine Zidane, Freunde Sie so einfach am Start, Freunde Sie so einfach am Start Geil, Alter Geil, 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 geil Boah, sieht so wild aus, ne Mit Zinedine Zidane da vorne Und mit dem Full-Eikel-Mittelfeld Sieht auch richtig geil aus Sieht auch richtig wild aus So, Xavi auch jetzt auf 100 hier Sehr wild Backham Zinedine Zidane Zinedine, Junge Da macht er direkt erstmal sein erstes Tor Komm Hierro, vermaschen wir mal kurz Hierro, weg mit dir, Junge Wer bist du überhaupt? Bam 2-0 Zinedine Zidane Zinedine Zidane Und 3-0, Junge Alter Also es hat sich jetzt schon so gelohnt, ne Dieser Kerl, also der wird Ich sage euch so, wie es ist Der wird bis zum Ende in meinem Team bleiben Bis zum Ende in meinem Team bleiben Fertig, aus Und Schuss Oh mein Gott, ey Dieser Schuss, ne Yo, ihr wisst gar nicht, wie sie so Der geht so 100kph rein, Junge Wenn man den voll auflädt Alter Wo ist Neymar? Da ist Neymar 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 Neymar, okay So, die dir reingemacht Levi 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 Ja, Levi verkackt Perfekt Danke, Levi Danke 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 So, komm, mach ihn jetzt aber Levi Ah, ich hab nichts gesagt Levi, danke Vielen Dank Zinedine Zidane Oh, Freunde, der ist so krank Einfach nur Ey, komm Zinedine Abstoßen 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 Weg damit Ne Zu schlecht Die Icon Zu schlecht Diese Prime Icon Zu schlecht Nein Nein Zu schlecht Abstoßen Spaß, Freunde So, hier macht er hier das Tor Komm, ein bisschen mit Neymar Bisschen hier mit Neymar Komm Advanced Rainbow Wunderschön Oh, Neymar Neymar spielt sich sehr gut, Freunde Also, falls ihr keinen guten Stürmer habt Und euch Neymar holen könnt Holt euch Neymar Der spielt sich gut Der spielt sich wirklich gut Ist beweglich Ja, okay, das ist ein normal Übernehmer Ähm Oh, Schade War gut gemacht Aber da war sein Schuss nicht so ganz Aber Freunde, ich bleibe bei meinem Lukaku Mein Wunsch Mein Wunschstürmer ist ja immer noch Mbappé Aber der kostet zu viel Einfach dieser Utoc Aber vielleicht werde ich ihn irgendwann mal haben Weil das ist wirklich mein Traum Stürmer Den Utocz Mbappé Weil der ist einfach krank Der ist einfach nur krank Da ist sie Sie dann Oh, Beckham Oh, warum schießt Beckham die Freistell Ich hab gedacht Sie dann schießt sie Und Beckham haut den an den Pfosten So, komm Advanced Rainbow Hier Hermoso vernaschen Jawohl Seid ihn Also ich muss sagen Der Advanced Rainbow ist mit Für mich eigentlich der geilste Mit Ronaldo Shop Der geilste Der geilste Skimmel Den es gibt Und auch der effektivste finde ich Neymar Jawohl 17 Ah, Freunde Wilde Folge Absolut wilde Folge Lasst auf jeden Fall schon mal gerne ein Like da Und ein Abo ist auch immer sehr, sehr wild Und Wow, der Torwart hält ihn Ist doch noch Rumor Gijo Doma Rumor Oder wie Knossi sagen würde Was hat er gesagt? Gianluidi Doma Rumor Oder irgendwie so Ja, absolut wild Komm Beckham Noch ein Angriff Noch einen guten Angriff Sein Spiel Beckham, komm Geh vorbei Geh vorbei Und hau ihn rein Freunde Jawohl 18 Tog Haben die nochmal rausgeballert Sehr nice Ich würde sagen Wir stellen jetzt Neymar Noch mal zusammen Auf den Markt Ja, also Mein Fazit Neymar spielt sich gut Aber ich bleibe auf jeden Fall Bei meinem Romelu Paco Genau Aber wie gesagt Neymar ist eine gute Empfehlung Falls ihr einen guten Stürmer braucht Neymar ist günstig Mit 22 Millionen Geht das auf jeden Fall fit Neymar ist eine gute Investition Auf jeden Fall Okay, okay, okay 21 1 Mach ich 21 1 Und 21 Glatt Das ist doch immer Ein guter Preis Das ist doch immer Ein guter Preis Hier Zack Zack Und 21 Glatt Freunde Ich würde sagen Falls ihr gewinnen seid Mit dieser wilden Folge Lasst auf jeden Fall Sehr gerne ein Like Und ein Abo da Aktiviert die Glocke Um keine weiteren Videos Hier mehr auf meinem Kanal Zu verpassen Freunde Wir sehen uns in aller frische Morgen Zum neuen Event wieder Ich bin gehypt Ich hoffe hier auch Bis dahin Freunde Bleibt gesund Haut rein Und Ciao